Wie lange geht denn eigentlich das DLC noch? Mützen für Patronen, Patronen für Münzen. Original, keine Ahnung. Was? Keine Ahnung, ja, okay. Wir werden ein hübsches Blitzchen in einem Ork-Gesicht finden. Muss man hier runter? Doch, ne? Wartet, Moment noch. Ich lass den Drachen in einer Sekunde auf euch los. Ich muss nur noch meine Kamera klar machen. So, jetzt. Ich werde die Aufnahmen wie ihr schreibt mit Dubstep-Musik untermahlen und massenweise Klicks im Econet einfahren. Oh, das wird geil, okay? Dann, Kamera, läuft! Der Drache vom Anfang des Spiels nähert sich. Würfelt die Initiative aus! Fragen-Musik Oh, was? ja ich komme ja schon aber die brücke ist so lange du warst so weit vorne wenn er der da mussten wir doch da okay damit treffe ich den anscheinend nicht hätte sein können ja ich wollte die kursion drauf machen oh mein gott du musst drücken ja okay gut das konnte ich nicht wissen aber es klappt halt nicht aber schlopprache wo will denn hin kollege ich habe ein krit gemacht ja im kopf holt aber Auspendeln? Was soll er auspendeln? Man sieht dann in seinem HP-Balken jedes Mal, wenn du blittest, ne? Ich hab's da so einfach. Ja, flieg frontal auf uns zu, das ist ne gute Idee. Ich muss nachladen. Warte, warte, nein! Okay, ich warte. Ja, leil. Weeeee! Der Richard Rowland. Noch mal ein Lighting Bolt. Oh. Also, die hat zwar auch ne Zündzeit, aber die ist homing. Und die ist sticky, das heißt, die haftet an den Gegnern. Die Sticky Homing Merve, meinst du? Ja. Okay. Okay. Das heißt, die würde an dem Gegner haften und, ne? Ja, ja, ja. Ich versteh, versteh. Dann kann die noch so viel Zündzeit haben, die ist am Gegner. Ja. Und das hat mal 10 dann. Aber... Oh Gott, ja. Das war's. Noch ein Stück, ja. No, I mämber. No, you mämber? Ja. I mämber. Ja. Meine Güte. Hallo. Boop. 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 Ich hab's aus, wenn du. Oh! Ah! 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 Ich glaube, das ist es zu der erste Mal. Ah! Ah! Plötzlich passiert das hier. Hilfe! Klingt wie eine Gefangene oder sowas. Vielleicht kennt sie einen Weg hier raus. Dann sollten wir sie suchen. Harte Setz, Gewundheitsboutique. Heißt euch weg. Nicht aufgehen. Meine Patronen sind keine Zauberei, aber billig sind sie. Wollt sie und drauf. Ach wirklich. Hm? Ach warum lauft man, der Sprung nicht zu hoch ist. Ich steck. Du kannst uns nicht einfach zwingen, in eine Falle zu gehen. Wir brauchen wenigstens eine Chance, ihr zu entkommen oder so. Tut mir leid, ich hätte nicht gedacht, dass ihr in einer Runde so weit kommt. Ich hab diesen Teil gar nicht vorher geplant, ich improvisiere gerade. Ja, aber laut den Regeln... Lilly, da unten prügt sechs Leute gerade Informationen aus einem Hyperion-Spion raus. Und du erzählst dir was von Regeln... Und du erzählst dir was von Regeln... Und du bist dein Ernst? Schön. Nehmen wir die Mett hier von dem Herrn... Hey, pst. Was machst du hier? Familienangelegenheit. Okay, ja gut. Hallo, ich bin Simon, Zauberer. Schon euch kennenzulernen? Bap! Der hört sich gar nicht an, wie er aussieht. Ein echt cooler Zauber. Ihr könnt jetzt ta-ta mit den Toten reden. Wie gesagt, sau cool. Als Gegenleistung für dieses Geschenk werdet ihr meinen Bruder Edgar finden. Geht zu den Leichenhaufen, wie der Hexe aufgestapelt hat. Erweckt ein paar Tote zum Leben und schaut nach, ob Edgar darunter ist. Ja genau, ihr könnt jetzt auch Tote erwecken. Gern geschehen. Und jetzt verschwindet. Okay. Was? Ja. Oh, Gott, spinnen. Kommer, sorry. Eh. Was? ich will mir gerade unsicher ob ich dich gerade erschossen habe wenn die leichten hier in der nähe sind können wir die auch was machen alter die stehen legit vor mir und ich treffe sie einfach nicht da kommen noch gegner ja ja so geht das und das gefühl hat die granate leider nicht so viel an gemacht was macht die da okay jetzt hat sie aufgehört noch mal hinterher wo muss man hin für die gleichen für mich sieht es noch hier aus also die besten an hierunter und da oben ich bin überhaupt also ich habe ja keine spinnen phobie aber das ist schon gerade echt nervig ist halt auch einfach nicht sein okay was auch immer ja ich süd mich halt noch weiter weg irgendwo muss nach hinten das wollte ja einerseits sehr toll aber andererseits ist echt scheiße wie alles im leben wir müssen wir sowas wie ein damage meter installieren ja gleich was und der da ist ja wo geht gar kein schaden er hat mir noch ein mitgegeben also gestochen ist es war ein bisschen irgendwie kenne ich das ja klar beweis so er ist hallo fängt man schwer daraus die bei denen ja erstmal müsste dafür einer sterben naja oder ich sterbe das ist wieder das dumme weil die kannst du ja auch nicht einfach killen damit ja bei dem einen habe ich rausgekriegt ich habe es fast vergessen raus oh mein gott nein das wird danke geht doch keine ahnung feuerball das ist kein feuerball das ist eigentlich der kopf nicht zu mir bringt oder so ein blödsinn ach nicht dass er tot ist wir haben beide um diese herzogin geworben sie hat ihn erwähnt ich habe ihn umgebracht und so weiter blablabla auf jeden fall wenn er ihn findet jagt ihm eine kugel in den schädel krieg mal hin wie gelassen das ist aber bei dem sich anholt hilfe hilfe hey glücker hilfe 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 ich bin im zweiten zeit ich warte auf dich in zeit gekommen was ich habe gedacht das wäre für die tür gewesen ich habe wirklich gedacht es wäre für die tür sorry ich komme als ob dir das nicht auch schon mal passiert ist nicht wieder an nein geht nicht eine kiste dürfen nicht auch gott auch gott da oben sniper irgendwas oh mein gott hilfe hallo ja was haben wir dich irgendwie festgehalten nirgendwo ein mage ist wahrscheinlich der macht einen langsamer soo mal ab und mehr der kann mal ab und dann hier ist wieder mit ich bin auch von langsam muss ich das scheiße ich kann mal die ganze art wiederum und will es auch die ganze länge schon aber irgendwie einer ist weg dann haben wir noch nicht oh mein gott hilfe und sie machen für die ist der schluss ja ich habe habe ihn schon habe ich schon auf die andere seite ja ich habe hier mit ein bisschen granaten gerade ein paar weg gemacht wurde eine nirgm ich ja gerade noch da ist der scheiß magier ok der hat in der tür noch einer hier oben super bad dass wir kommen ich dachte ich hätte ihn hoch aber scheinbar nicht absolut fair dann bleibt man ja hängen woher diese wiederbelebenswanderung kannst du mal hallo wieso kriegt er denn kein schaden der super bett das skelett hier jetzt ist er tot und das kletzschut also der beschwörer ja hat sich super gelohnt ne ich nicht mir fehlt ein pixel